wir schauen wieder rein meine lieben freunde herzlich willkommen bei diesem wunderbaren game es ist ein riesen update gekommen das ist glaube ich jetzt schon ein monat her oder so wir haben uns gedacht wir schauen definitiv noch mal rein weil es gibt unfassbar viele neue sachen und es ist glaube ich richtig gut geworden wir sind heute erstmal nur zu zweit unterwegs wir wollen auf jeden fall mal schauen dass wir vielleicht sogar zu fünft spielen dass einer von uns aus dem team den bigfoot spielt guck mal wir sind mit unserem wohnwagen jetzt hier guck mal hier können wir schlafen im offenen zelt wie schön so habe ich es mir vorgestellt hier sind waffen direkt schon waffen nehmen mal drei von diesen links kameras hier mit 80 kamera mit einer batterie oh guck mal hier waffen und medipack hinter die liegt eine drohne medipack hier ist eine knifte ich habe da aber eigentlich so eine m16 was das denn da unten lager ist ja interessant also das ist ja ohne drohne die nehme ich auch mit leuchtpistole ja ist eine flairgang glaube ich leuchtpistole lassen wir heute weg ja wir haben uns nämlich auch fleisch warte mal sollte man das mitnehmen um den bigfoot anzulocken vielleicht aber wo ist denn meine knarre weiß ich nicht ich habe ein messer ja super warte mal kurz messer und pistol habe ich nehme ein fleisch mit um den fleisch anzulocken ich habe auch eine bärenfalle das ist gar nicht die batterie ist alle ach ich habe die batterie nicht mitgegeben gibt mir ein 80 gerät und gibt mir keine batterie dafür oh ich habe gar keine mehr ja wie jetzt okay warte mal jetzt habe ich eine bärenfalle ich habe vier kameras in erste hilfe set messer pistol okay guck mal wir sind ja ach du scheiße wie groß ist denn dieser park dann lass uns mal in diese richtung laufen dann geht es direkt in den tiefen wald hat jemand der autos haben perfekt ich habe eine frage was ist eigentlich unser plan wir suchen jetzt oder schießen die fertig wir gehen jetzt in den wald legen dort eine bärenfalle mit dem fleisch irgendwo hin super idee machen wir so das ist der bigfoot schlachtruf pass auf wir stellen noch eine kamera auf aber das ist eine gute ich hätte ja gesagt ich hätte ja gesagt wir stellen vielleicht auch eine kamera an unserem wohnwagen das ist eine gute idee machen wir mal zurückkommen lass uns mal zu dem see laufen und was ist wenn er dort jetzt badet blut das blut wieso ist da blut du hast auch gedacht es ist blut ja was war das was was du das jetzt ich habe nichts gemacht ich habe aber auch nichts gehört was du gerade an mir vorbei oh mein gott schon kommen mein gott da hinten ist ein dorf alter ich werde nicht sagen aber das macht mich das ist jetzt ein bisschen sehr unheimlich aber das ist einer von den vermissten personen die auf dem bild waren auf welchem bild im trailer okay dann haben wir den ja schon mal gefunden das ist ja super da fehlen noch zwei ein mädchen und noch ein mann mädchen und ein mann fehlt okay dann lassen wir hier in die häuser kommen was was wo auch noch eine pflanze aber es wird tag sehr schön perfekt okay dann lasst uns mal nacheinander einfach die häuser durchsuchen das ist das camp aus 1 ich stehe an klar das nicht spielen mein freund und das ist nur für dich ja ich weiß ich weiß ich weiß wie geil das hier aussieht jetzt mal ohne witz ist der tagsüber auch ja schön hier ist noch eine achse ich glaube wir müssen hier echt alles alles looten camp aus 5 ok oh ein zettel peter ich gehe mit ruby zu der falle sie braucht ein wenig hilfe sei vorsichtig ok irgendwo muss eine falle stehen wo bist du ich bin hinter dir peter ich kann nicht nirgendwo finden ich habe rubys tagebuch gefunden habe es gelesen aber nicht mitgenommen wenn wir uns später sehen sage ich dir was ich gelesen habe trifft mich beim wasserfall wasserfall ein bisschen angespannt ich muss sagen ich bin gerade entspannt aber ich glaube ich werde gleich wieder angespannt ich suche nach monika ein baumhaus ich muss sie finden ruby bitte sie beim wasserfall nach also baumhaus wasserfall ok übrigens leute wenn ihr bock auf mehr habt es schaut erstens gern bei füsi vorbei und zweitens schreibt gerne in die kommentare meine lieben guck mal hier ist noch eine pistole falls du noch eine pistole willst oh ja warte mal dann gebe ich dir gleich ein bisschen was war das 9 mm ja pass auf dann lass jetzt zum wasserfall gehen ja es wird dunkel wo soll ich die kamera aufstellen ich möchte gerne eine kamera aufstellen das ist eine gute frage nach zwei oh nein no fishing okay ich stehe jetzt eine kamera auf die hier genau in das dorf reinguckt okay bam oh ich sicher ja ich bin gerade drin in der kamera jeder der in der wagon machen wir platz im klo nene 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 das fängt schon wieder so an wie es nene 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 willst du mich verarschen komm aus dem scheißaus raus da Wo? Hörst du das nicht? Das sind deine Schritte, du Dulli. Nein, da haut jemand auf Holz oder irgendwas drauf. Irgendwas wurde aufgebaut. So hört sich das zumindest an. Das sind die Bäume, die knarzen. Eieiei. Komische Geräusche. Hört sich an wie so ein Predator. Das stimmt. Da ist der Wasserfall. Geradezu. Boah, Mann, Alter. Da war ich aber in der ersten Nacht noch optimistischer, das sag ich dir. So, guck mal, hier ist der Wasserfall. Wasserfall im Baumhaus muss man auch noch... Hinter uns! Hinter uns! Hinter uns! Hinter uns! Hinter uns! Boah, fuck! Mein Hund! Geh doch weg, wieso hat der eine Schaufel in der Hand? Hilf mir doch, bitte! Der kommt zu mir! Ich kann, der hat mich... Ich bin sie, bitte! Wer bist du? Boah! Du, 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 du! Ich seh den nicht. Ich seh den nicht. Ich seh den nicht. Boah, fuck, Mann! Zurück! Zurück ins Dorf! Komm ins Dorf! Aber wie denn? Der hat mich! Boah, der hat sich voll auf den Boden geschmissen! Er haut ab, er haut ab, er haut ab! Geht's gar nicht gut! Er ist weg, er ist weg, er ist weg! Holy shit, holy shit, holy shit! Er ist weg, er ist weg! Erste Hilfe, setz erste Hilfe ein! Ja, mach, ja! Oh, dass er direkt so'n, 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 so'n Angriff macht, ey! Ja, ohne Scheiß, ey! Vielleicht sollten wir auch ne Falle legen und dieses Fleisch reintun! Oh, warte, ich hab' ich hab' was, ich hab' was! Oh! Oh mein Gott! Hier ist die Falle übrigens! Und das Fleisch! Oh, die Arme! Ja, das tut mir auch extrem leid! Mist, ey! Tja, wenn wir jetzt noch wissen, wo das Baumhaus ist... Ey, hier hinten ist noch was! Oh, ich komm! Oh, jo, Lichter! Warte mal, hier ist noch so'n Campingplatz oder sowas! Ah, guck mal, hier ist ein... Ein Dorf! Keine Ahnung! Oh, oh! Alter! Füßi! Ja? Wo ist der? Ich weiß es nicht! Ich hab' Angst, dass der gleich da hochgerannt kommt und uns voll weggehauen, ey! Hinter uns ist Berg! Oh Gott! Was? Was? Geh' mal da rein! Oh, oh! So ein paar Idioten, ey! Oh, schöne Wetter! Der verfolgt uns! Der ist da hinten irgendwo! Okay, dann sollten wir vielleicht doch eine Falle aufstellen! Pass auf, dann stell' ich hier mal eine Falle auf! Äh, Falle, Falle, Falle! Okay, wo stell' ich die jetzt am besten hin? Mist, wo stell' mir die Falle jetzt hin? Kommt der zum Eingang rein? Nein, ich weiß es nicht! Okay, stell' die mal hier hin! Irgendwas gefunden in den Zelten? Ich hab' nichts gefunden! Nee, nee, nee! Okay, ich hab' ne Falle mit Fleisch gemacht! Oh, hier ist ein Zettel! Oh, hier ist ein Zettel! Zettel ist gut! Äh, Peter, ich weiß nicht, wo du bist! Ich habe, ich habe nach dir den ganzen Tag gesucht! Monika ist nirgendwo auffindbar! Triff mich bei den Zelten am Abend! Ray Bay! Oh! Ja, die meine ich! Was ist denn? Zeigen den Weg zu seiner Höhle, wo er lebt! Oh, was? Der hat ne Höhle? Ach so, aber wie muss man das jetzt deuten? Alter, das ist die große Preisfrage! Oh, da ist noch jemand! Hier ist noch jemand! Ich hab' noch jemand! Oh! Monika! Ich hab' Monika! Es scheint so ein kleiner Park hier zu sein, wo die Leute Urlaub machen oder so, he? Irgendwie sowas, ja! Oh, ich hab' ne Drohnenbatterie! Ich hab' ne Drohnenbatterie! Nice! Oh, oh! Was, oh, oh? Alles gut! Was war jetzt schon wieder? Irgendwas hat dort hinten im Gebüsch gerappelt! Okay, dann lass uns zu dem Haus mit der Satellitenschüssel gehen! Vielleicht ist das aber auch seine Höhle und er hat Fernsehempfang! Pay-TV! Ja, wenn der sich hier die ganzen Touris gönnt! Oh, guck mal hier, der hat Bigfoot-Bilder, der jagt den, glaub' ich! Lol, das sind richtige Internet-Bilder, die du so im Internet findest! Ich mach das zu, das macht mir Angst! Kannst du mal kurz gucken? Ich guck grad! Och, nee! Hahaha! Ach, Spoil! Hier, hier! Oh, tatsächlich! Ich geh kaputt, Alter, ist das geil! Ist das geil! Okay, wow! Warum? Keine Ahnung, ich wollte eigentlich nur... Wir haben ja eine Tür! Okay, ich hab' ne Idee! Ich hab' ne richtig gute Idee! Komm mal her! Du bleibst da oben stehen! Ja! Siehst du das? Ja! Okay! Ey, pass auf! Jetzt baue ich hier richtig krasse Konstruktion, okay? Ja, das Flugzeug liegt wieder bei uns! Bist du bereit? Ja! Okay! Da ist das Flugzeug! Ja, du sollst auf den Scheiß nichts zielen! Der kommt gleich! Auf was soll ich zielen? Auf die Gasflasche dann! Okay, okay, wenn er da in der Falle drin ist, ja? Ja! Oder wenn er in der Gasflasche ist, das reicht auch! Ja, 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 ja! Hast du da hinten das Feuerwerk gemacht? Welches? Was da links von uns jetzt war? Bin ich hier oder links? Da weiß ich doch nicht, wo du alles aufgestellt hast! Ne, nur hier! Warte mal, war ein zweites Feuerwerk? Ja, links von mir! Oh, da müssen da Menschen sein! Ja, oder Bigfoot und lockt uns grad dort! Ja, der hat sich jetzt bestimmt gedacht! Er ist doch gerade mit dem Stock durch die... Der ist ja! Da ist er! Du hast verpasst, du Idiot! Komm runter, komm runter, komm runter! Lock in dir die Falle! Komm runter, komm runter! Wow! 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 Raum auf die Olga! Mach ihn alle! Geh nicht so nah dran! Warum nicht zu dem zu dir? Geh in die Falle! Lock den Petter in die Falle! Der Idiot geht selber in die Falle! Das glaub ich nicht! Ich wollte ihn wieder aufhören! Lass ihn in Ruhe! Au! Geh ins Haus! 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 Heil mich! Versuch dich! Geh ins Haus! Geh ins Haus! Geh ins Haus! Ich bin geheilt! Ich bin geheilt! Alles gut! Aua! 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 Der ist immer aus! Der ist immer aus! Bitte helf mir! Bitte helf mir! Wo ist er denn? Au! Der rät weg! Oh! Alter, ist das peinlich! Ne, ist das peinlich! Ist gut! Beruhig dich! Beruhig dich! Ist gut! Alles ist gut! Aber ey, das war voll geil! Ich schaff das nicht ohne Nacht! Ich schaff das nicht ohne Witz! Guck mal, ey! Achst du was zu heilen? Ich bin voll! Der ist im Haus! Der ist im Haus! Oh, nee! Ey, wir haben den einfach auch keinen Schaden gemacht gefühlt! Boah! Der verprügelt uns mit deinen No-Hunting-Schilds! Wie geil ist das denn, bitte? Warte mal, hier war das Haus, wo wir gerade waren! Ja, da hinten ist das Haus! Wir müssen... Oh! Oh Gott! Was wir nicht gef... Äh! Ein Wolf! Aber hier? Ein Wolf! Ein Wolf! Ich brauch Hilfe! Hier ist ein Wolf! Ich brauch doch einen Wolf! Ich brauch doch einen Wolf! Ich brauch doch einen Wolf! Oh, ich hab dich angeschossen! Ja, da geil! Was knutten hier? Jetzt knut hier gar nichts mehr! Ach ja! Nee, ich halt das nicht mal aus! Hier wird ja nicht nur von Bigfoot angegriffen, hier wird ja auch von irgendwelchen Wildtieren angegriffen! Was ist das denn, bitte? Okay, pass auf! Ich lass jetzt mal die Drohne fliegen, das macht Sinn, oder? Ja, mach mal! Drohne, okay! Oh! Ja, wo soll ich jetzt hinfliegen? Ich flieg erst mal hier... Also hier ist ziemlich viel Wald! Das ist ja gut! Left-Schiff! Äh... Der müsste hier bei uns irgendwo in der Nähe sein? Okay, wenn wir die Straße vorlaufen... Da ist ein LKW! Komm mal mit! Sag mal, sah das Grafisch auch schon immer so geil aus? Nee, nee, das sah vorher anders aus! Baumhaus! Das ist das Baumhaus? Das könnte das Baumhaus sein, oder? So eine Jagdhütte! Also hier so ein Jagdsturm oder was? Alter, Jagdturm! Schade! Ich weiß auch nicht, ob wir... Bigfoot! Äh! 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 Oh! Äh! Bär! Warum immer auf mich? Warum immer auf mich? Okay, pass auf, lass mal schnell für die Nacht vorbereiten! Ja! Äh! Ich würde sagen, wir bauen hier in die Mitte... Die fallen auf, oder? Ja! Kommt doch bestimmt sowieso hierher! Okay! Fleisch rein! Ey, Tino, schnell! Hier ist... Hier ist noch ein Hunting-Gewehr! Hier bei mir im Raum! Okay, gut, das heißt hier heute reichen, glaube ich! Hoffe ich! Ich will den Tod haben! Aber warte mal, was ist denn das hier? Camp House 1! Oh Leute, hier ist versperrt! Soll ich den mal anloggen und hier das Radio anmachen? Ja! Oh fuck! Er kommt! Wann kommt der? Ich weiß es nicht! Wann kommt der? Ich weiß es nicht! Fuck! Flugzeug! Ich weiß es nicht so kommen, wie... Das Flugzeug? Was ist das Flugzeug? Das würde mich auch mal interessieren! Was hat das Flugzeug zu sagen? Weiß es nicht! Der kommt! Der kommt! Flugzeug! Der kommt! Untertitelung des ZDF, 2020